20 Gramm? 20 Gramm Salz. Das kann sein in den Esslöffel. Hier rein. Dann in den Wasser. Dann hier. Dann die Hefe dazu. Dann die Hefe dazu. Herzlich willkommen bei Gawmed. Was liefst du da? Magst du dich festmachen? Das ist nur ein Pinkel. Schönen kleinen Schleiter. Cecilia, was machst du da? Was wird das? Ein Hefe. Ja, das knetet. Genau. Aber nur mit einer Hand. Hier ist auch besser. Genau. Mit einer Hand. Was haben wir rein gemacht? Wir haben Öl rein gemacht. Zoffen Eier. Eier mit? Eier mit Zucker. Mit Zucker, ja. Dann haben wir zusammen gemischt. Dann haben wir eine Schüssel rein getan. Dann haben wir den Blick angerührt. Und dann knicken wir. Zimmertemperatur. Also 22 Minuten. Jetzt nehmen wir auch. Geschmelzte Butter. Und weich schmecken. Das ist aber anstrengend, oder Cecilia? Nee. Sie kann das. Ja. Aber kann ich einfach mal pur haben? Ja. Ja. Kann ich weitermachen? Waffe da? Ich kipp die jetzt. Waffe da? Ja. Oh Mann, das brauchen wir. 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 Wollen wir mal kurz sagen? Ja. Das ist auch. Genau. Das ist wichtig, ja. Wollt ihr mir das damit sagen? Wow, gut aus. Was ist das? Sorry. Jawohl, wie high. Hup, Dennis! Is. Hup, Dennis! Oh, Glück, Dennis! Guck da auf! Papa! Silber! Brauchst du schon welche? Warum das besser? Zucker? Ah ja, Zucker! Dann haben wir den Mieter. Und jetzt gucken wir mal hier. Alle drei hier zusammen. Ah ja, da zusammen. Hier einmal so. Ah, das kenne ich. Einmal so, ja? Einmal so, ja? Und hier einmal zusammen. Ah ja! Und auch noch mal mit dem. Das ist schlecht. Wir können die so entschaffen? Ja! Oh, geil! Darf ich auch, oder? Ja! Mit in eine Farbe, oder? Jetzt in eine Farbe! Warte, warte! Ach, warte, warte! Ja! Ja! Da machen wir weiter! Ja! 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 Wow! Ja! 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 Haut rein! Super! Haut rein! Untertitelung des ZDF, 2020